Hallo und herzlich willkommen bei meinem Kanal Sonnenfuchs. Ich drehe heute auf dem Acker, ein schöner Schwabenländer und ich nehme euch einfach mal mit. Viel Spaß beim Video. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn hier die Römerstraße durchliegt, dass das eventuell ein Teil davon ist. Könnte sein. Nochmal Leute, ich habe hier so ein Kügelchen gefunden. So leicht oval. Ist wahrscheinlich aus Blei. Wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass es ein Geschoss war, weil es hier irgendwo abgebrochen ist. Hier ist noch eine Bruchstelle. Das ist ein Stimmblättchen von der Mundharmonika. Oh, Leute, das ist mal was Cooles. Das ist im dritten Reich. Ein Anstecker. Lass uns mal ein geiler Fund, Leute. Verzierungen drauf. Hier sind nur zwei Löcher. Die gehen wir davon aus, dass es mal irgendwie so eine, vielleicht war es in einem Gürtel oder so dran, als Zierte. Hier sieht man auf jeden Fall schöne Verzierungen aus Kupfer, glaube ich. Ja, geil. Also schön. Schöner Fund. Ich glaube, das ist aus Blei, aber mega interessant von der Form her. Das ist ja cool. Ach, ich glaube, das war mal ein Zinnsoldat oder ein Reiter. Den hat es total verwickelt. Ja, ja klar. Sieht man hier vielleicht die vom Pferd? Vielleicht, ich weiß es nicht. Könnte durchaus sein. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht. Das sind fast ein Herzinfarkt. Das ist eine Bleiblombe. Mann, ich habe gedacht, das wäre ein Römer. Münze. Ist das Silber? Ist das Silber? Was ist das? Ist das Silber? Hey, leg mich am Arsch. Ich habe eine Silberne gefunden. Ja, ist das geil. Guck mal, eine Silberne. Und dann ist das Silberne. Wir zeigen uns gut, wenn wir die Olze. Ich bin jetzt hier nicht mal aus. Ich komme auch in das Silberne. Es geht nicht mal so aus. Ich bin bisher uns in der Nähe. Es ist immer noch so. Ich bin jetzt Kurt, bin ich hier nicht so schön. Da bin ich natürlich noch ein blewig. Und dann in der Nähe. Hier ist ein Verschluss, die Beziehung ist aus Kupfer, cool, Gold, Flaschendeckel aus Gold. Mensch, jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe eine römische Silbermünze gefunden. Oder ist das eine? Hä? Sieht irgendwie cool aus. Hm? Ja. 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 So Leute, die Runde hier war ganz cool, das war es auch schon gewesen, vielen Dank fürs Zuschauen, es sind doch tatsächlich noch ein paar richtig coole Funde gekommen, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, ganz wichtig, und einen Daumen nach oben, dann würde ich mich auch freuen, bis zum nächsten Video, ciao! Bis zum nächsten Mal!